Soll ich dich jetzt mal in so eine richtig unangenehme Situation bringen? Ja, ja. Was machst du jetzt in deiner Zukunft? Bleibst du? Verlängerst du? Ach so. Ab dem 4. Juli können wir auch nicht offiziell sprechen. Echt jetzt? Ja, 4. Juli und dann geht's los. Schauen wir mal. Ach so, wenn wir schon dabei sind, was geht bei dir? Wie gesagt, ich hab mich ja gerade bei dir als Hausmeister beworben. Ich komme auf dich zu. Normal ist ja eigentlich so, dass ich Angebote bekomme. Erstmal gerade Hausmeister. In 5 Tagen bin ich obdachlos. Da muss ich aus meiner Wohnung ziehen. Also, the struggle is real. Ja, ruf mich an, Alter. Ruf mich an. Nach dem Stream. Ich bin dran. Hast du gehört? Mein neuer Berater. Nein. Ich bin dran.